Die deutsche Mannschaft ist drin in dieser Partie und das ist die gute, die wichtige Nachricht. Nowitzki. Oh ja! Über Gasol hinweg, fast unter die Hallendecke und dann rein. Ding Dong. Nowitzki. Ibarca ist ein guter Verteidiger. Boah, war der schwierig. Kein Faust. Nowitzki blickt zum Schiedsrichter und signalisiert dem Menschen, pfeift doch. Willst du damit sagen, wie alt ich schon bin? Dafür bist du ja der Experte. Zwei, Frank Buschmann, Null. Mauermann. Und das ist übrigens, ich muss jetzt mal kurz gucken, weil ich hab mir da früh eine... 17. 17 und das war jetzt der dritte, okay, dann ist der 20, jetzt ist der 21. Football traut sich nicht. Ja, aber da ist der Ball wirklich in ganz guten Händen. Nowitzki geht nach, Fehlwurf, Offensiv, Rebound. Für die Spanier. Nowitzki gegen Gasol. Schickt Benzing weg. Schießt über Gasol, schießt ihn rein. Wichtig, dass er jetzt die Antwort gibt hier. Ganz, ganz. Das war trotzdem gut gelöst. Was ist denn das? Er kämpft wieder mal zurück. Ja, oh, das war auch wieder ein schwieriger von Nowitzki. Und jetzt, jetzt nochmal einen erfolgreichen Angriff. Nowitzki aus dem Dribbling. Ganz, ganz schwer für unsere Point Cuts da den Ball nach vorne zu bringen. Nowitzki gegen Ibaka. Mit Brett fällt rein. 19 für Nowitzki. Führung für die deutsche Mannschaft. He's on. Er ist an. Football traut sich nicht. Ja, aber da ist der Ball wirklich in ganz guten Händen. Nowitzki geht nach. Fehlwurf, Offensiv, Rebound. Für die Spanier. Nowitzki gegen Gasol. Schickt Benzing weg. Schießt über Gasol, schießt ihn rein. Wichtig, dass er jetzt die Antwort gibt hier. Ganz, ganz. Das war trotzdem gut gelöst. Was ist denn das? Er kämpft wieder aber zurück. Ja, oh, das war auch wieder ein schwieriger von Nowitzki. Und jetzt, jetzt nochmal einen erfolgreichen Angriff. Nowitzki aus dem Dribbling. Ganz, ganz schwer für unsere Point Cuts da den Ball nach vorne zu bringen. Nowitzki gegen Ibaka. Mit Brett fällt rein. 19 für Nowitzki. Führung für die deutsche Mannschaft. He's on. Er ist an.